30 Jahre Scooter, 60 Jahre HP Baxter. HP ist halt irgendwie auch ein Typ, der einfach das macht, worauf er Bock hat. Der ist bis heute bodenständig. Der wechselt selber seine Klopapierrollen. Wo Scooter auftreten, herrscht absolute Partystimmung. Wir sind hautnah dabei. Das sind drei Klänge und jeder erkennt sofort. Backstage auf Tour und im Studio für das neue Album. Eine neue Folge. Popgiganten. 30 Jahre Scooter. Samstag, 20.15 Uhr.